So, es geht weiter mit Benjamin Reich. Die besten acht sind noch oben. Benni Reich, 1-0-2 Vorsprung aus dem ersten Durchgang. Ja, Polsterl, komm Benni. Den ersten Lauf so schlecht, vorne einfach nicht in den Rhythmus kommen. Hat kein Problem jetzt gehabt mit dem Stock. Hat hier schon gewonnen, der Benni. Er kommt für mich nicht ins Fahnen. Er kommt einfach nicht ins Fahnen für mich. Er verliert da Zeit und Zeit. Schade, der Vorsprung ist weg. Ja, schon viel weg, 4 Zentel sind weg. Jetzt kommst du auf einmal, wie er im Mittelteil fährt. Da ist der Kilian nämlich sehr gut gefahren. Und der Benni. 55 hat er noch für den unteren Teil. Ähnlicher Vorsprung wie Kilian Albrecht. Bringt er das ins Ziel, als Führender? Das ist ein Kampf. Das ist so schwarz und vorne. Komm, Benni, jetzt geht's. Jawohl, komm, 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 komm. Und das sollte er schaffen. Jawohl, und er schafft er. Silvan Zurbricken jetzt abgehöst als Führender. Und Benni Reich führt. Bist du noch nicht. Und starke dritte Laufzeit in diesem zweiten Durchgang. Benni Reich. Trotzdem, für mich nicht so richtig. Aber es ist einfach so schwarz. So schwer zu fahren jetzt. Unglaublich. Es ist, glaube ich, gegen sehr, sehr vorweise total gegangen. Er hat sich wirklich total überwunden. Kompliment, Benni, dass du das so overkaut hast. Das war unglaublich. So, damit hat er einmal auf alle Fälle einen Platz unter den besten Acht. Sicher, der Benni Reich. Er ist überholt, aber er wird halt zufrieden sein. Neunter im schlechtesten Fall. Von 26 auf 9. Tolles Resultat für Silvan Zurbricken. Und Kalle Ballander wird oben jetzt noch seine Nerven ein bisschen strapazieren müssen. Denn er weiß, er führt. Er hat die Chance zu gewinnen. Jetzt mit Jakunz. Ein erfahrener, ein routinierter Läufer aus Slowenien. 21 Hundertstel Vorsprung auf Benni Reich. Aber er hat eine Adoktorentseierung. Er hat noch einen großen Bluter gewusst an seinen linken Fuß, an seinen Oberschenkel hinten. Ist noch nicht 100 Prozent da. Aber ein immer toller Slalomfahrer gewesen. Immer vorne dabei. Er kann schon, der. Aber wie gesagt, er ist halt nicht ganz 100 Prozentig da. Fitmäßig, konditionsmäßig. 1, 13, 0, 2. Da hält er seinen Abstand zu Benni Reich. Aber jetzt wird es schwer. Ja, es wird schwer. Es war jetzt die Kondition ein bisschen. 1, 25, 1, 26, 27, 0, 5. Nur noch siebenhundertstel Vorsprung auf Benni Reich. Aber viel Erfahrung und Routine von rund 90 Weltcup-Slaloms bei mit Jakunz. Und er beißt sich hinein heute. Ja, wird sich nicht ausgehen, wird sich nicht ausgehen. Und knapp drüber. Zweiter Platz. Benni bleibt vorne. Zweiter mit Jakunz. Und damit haben die Slowenen heute zum Unterschied von Wengern ein durchaus zufriedenstellendes Resultat. Benni Siebentag. Wenn alle durchkommen, die nach oben sind. Achter, Kunz. Auch für ihn ist natürlich gerade in der Situation richtig ballsam. So ein tolles Ergebnis gerade im Ganzen haben da in Blick Richtung Weltmeisterschaft. So und jetzt, meine Damen und Herren, geht es um alles oder nichts. Die nächsten sechs, die liegen so knapp zusammen, dass jeder, der sechs gewinnen kann, einer wird ihn sicher noch überholen. Davon gehe ich aus, denn der Abstand ist relativ groß. Aber wer wird der Sieger? Der Iwiza-Kostelitsch kommt erst als Vorletzter. Der routinierteste heuer. Er ist der Erste jetzt. Heinz Schilchäcker. Schafft er noch einmal so einen Lauf im ersten Pass? Das ist die Frage. 1,6. 1,8 Hundertstel Vorsprung. So ein guter Skifahrer. So locker steht er oben. Eben tut eigentlich das nichts. Großartig eben, wie er die Verletzung recht gesteckt hat. Ganz am Hang, viel, dass ich will. Er fährt er immer gut eigentlich, war einmal knapp daran zu gewinnen. So, erste Zwischenzeit für Heinz Schilchäcker. Die wird ganz gut. 1,12,57. So, jetzt biete Daumen halten zu aus, dass er nicht wieder unter Missgeschick hat. Jawohl, er beißt sich gut rein. Wunderbar. Der legt was vor, der Heinz Schilchäcker. 1,26,69. Jawohl, Kim. Doppelführung der Österreicher. Wäre jetzt schön hier am Kanzlern-Hank. Sehr gut gefahren. Jawohl, das passt. 1,41,42,28. Wir haben eine Doppelführung. Heinz Schilchäcker führt vor Benjamin Reich. Und mit der Kunzunst. Der Heinz Schilchäcker hat immerhin jetzt 31 Hundertstel Sekunden Vorsprung. Und die Nächsten, die kommen, die sind nahezu zeitgleich mit ihm. Widal, Schönfelder und Miller. Genau 8 Hundertstel brennen. Die Nächsten 3 vom jetzt führenden Heinz Schilchäcker. Jetzt wird es spannend. Was geht jetzt da? Die Kippe da oben vor am Start, mein Lieber. Du kriegst das alles mit. Du weißt die Zeit mit von den anderen. Du weißt, dass Schwarz am Fahnen ist. So, Benni Reich akzeptiert das. War auch zu erwarten. Wenn dem Heinz ein guter Lauf gelingt. Ein Busserl für den Ski, das hat auch der Ski jetzt verdient. So, die letzten 5. Jean-Pierre Vidal, der Olympiasieger. Immer ein heißer Anwärter auf einem Podestplatz. In jedem Slalom. Aber der Abstand zum Heinz ist so minimal, dass er sich überhaupt nichts erlauben darf. Eine Hundertstel liegt da nur vorne. Dann vergessen wir nicht den Fehler, was der gemacht hat. Den riesen Fehler im ersten Lauf. Da war der noch weiter vorne gewesen. Ich habe sie nicht schnell im Unterbereich. So wie eigentlich der Ballander. Schlecht angefangen zwar da oben. Aber schaut, wie er nach vorne marschiert. Wie er will. Der ist gut auf dem Weg. Der beißt sie rein. So, Zwischenzeit jetzt für Jean-Pierre Vidal. 1,10, 1,11. Wo bleibt die Uhr steht? Bei 1,12, 37. Vorsprung ausgebaut. Jetzt ist er weg. Aber er fällt aus wie in Borneo. Er hat es aufs Kreuz rein gehad. Das ist doch weh. Und in zwei Tagen der nächste Slalom. Ah, kriegt er einen blauen. Jetzt genau Steißbrenner rein gehad. Ein bisschen hängen geblieben, glaube ich. Sogar beim Schnee, wenn man rausgekutscht. Jetzt bei dem Schwung da passiert es. Aue. Und eine. Zack. Da knallst hin auf die Piste. Ganz gehörig. Der obere Skifang am Beißen an. Jetzt der linke Skifang von ihm. Genau die Kantendruck erwischt. Und somit. Ah, das geht schon. Tut mir momentan grausig weh. Na ja, Mann, da habt ihr was vorgelegt. Gratuliere. So. Der nächste wird der Rainer Schönfelder sein. Jetzt wird man einen Dreier haben. Komm rein. Das ist dein Home-Doch. Der passt doch. Rainer Schönfelder. Auch nur kleiner Vorsprung. Ein Dreihundertstel auf Heinz Schilchäcker. Jawohl. Guter Ball. Super. Der Vorjahresieger. Gleich viel Rückstand wie im Vorjahr auf dem Führenden nach dem ersten Durchgang. Wunderbar. Ganz gut unterwegs. Schnell unterwegs. Der zweite Hand. Der liegt unserem Burschen. Eins, zwölf, drei und fünfzig. Die vierhundertstel Sekunden, die er jetzt nach vorne ist. Die muss er jetzt runterbringen. Da, das liegt einem gut. Das ist ein Lister schon so gut gefahren. Schön hochgefahren. Jawohl. Schwung drauf. Gut. Und Zwischenzeit. Jawohl. Eins, sechsundzwanzig, dreiundsechzig. Eine Hundertstel Entscheidung zwischen Schilchäcker und ihm. Und jetzt die Ausfahrt. Gut mit Schwung. Das wird ganz knapp. 1,40, 1,41, 1,42, 06 und vorne ist der Vorjahresieger. Er hat es wieder geschafft. Rainer Schönfelder, 1,42, 06 ist vorne. Und jetzt der richtige Kraftausbruch. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Schönfelder vor Schilchäcker und Benni Reich. Aber drei sind auch noch oben. Miller, Kostelitsch und Ballander. Und das sind natürlich nicht irgendwelche, sondern die Topstars der Saison. Schauen wir mal, wir haben das Fragezeichen auf. Wir bringen kurz die drei da oben. Ja, das geht natürlich jetzt die Runde da oben am Start. Ihr kriegt das alles mit. Sie wissen, schlagrig ist, lächig ist. Und das ist eine super Zeitenfunde. So, 22 Hundertstel ist Schönfelder vorne. Die hat er allesamt unten rausgeholt. Jubel von Rainer Schönfelder hier im Ziel. Jetzt muss er wieder warten. Drei muss er abwarten. Ist er wieder der Sieger oder hat er ein anderer einen guten Platz hat in jedem Fall? Bodi Miller, Kostelitsch und Kalle Ballander. Bodi Miller. Da bin ich bei den Ausen gekocht. Da bist du gesessen. Und jetzt kommt es darauf an. Der Bodi hat die 100 Punkte in der Kombination sicher, wenn er durchfährt. Was will er jetzt? Es fährt schon ein bisschen mit, die 100 Punkte. Er fährt ein bisschen mit, aber er ist einfach unheimlich schnell in seine Bewegung unten raus. So das Gefühl zu haben, unglaublich. Unglaublich, weil der mit Innenlage beschleunigt. Das ist unglaublich, weil der schnell ist. Hopp, 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 und der Bodi Miller. Jetzt fährt er für die Kombination. Jetzt kann er nur noch auf Kombination fahren. Zwischenzeit, 14,68. So, das Lalom ist da mal weg. Schönfeld, in jedem Fall, am Podest. Gar keine Frage. Jetzt bin ich gespannt, wie die Torrichter entscheiden, ob er da oben korrekt durchgefahren ist. Jetzt rutscht er noch einmal ein, jetzt muss er zurück. Ja, aber da verliert er jetzt viele Sekunden. Da rutscht er weit zurück in der Kombination. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du in einer solchen Situation bist, ich weiß selber, wenn du weißt, du fährst jetzt sicher runter, dann kommt der Meister hat nichts Gescheites aus. Also, wenn der Bodi seinen Stil weiterfährt, auf Angriff, dann ist er oft wild unterwegs, aber trotzdem ist er schnell. So, 10,65 zurück. In der Kombination muss er jetzt führen, da braucht man jetzt gar nicht sagen, denn Armut ist ausgeschieden. So, da oben war er sensationell schnell unterwegs gewesen. Aber Innenlage, gut, das kennen wir. Und, ja, er ist zurück. Ja, das war korrekt. War korrekt. Wo ist der zweite Fehler dann? Ja, da ist er zugegangen, da hat er eingefadelt, da hat er einen Schlagkrieg von der Stange. So, die fädelt er ein und eins, zwei, oh, das ist ein weiter Weg, bergauf, steil ist das. Er muss wie beide schick praktisch über diese imaginäre Linie gehen. Hat er jetzt auch, wird man auch anerkennen. So, Bodi Miller habe erlacht und das ist auch der Bodi Miller. Überhaupt, die Amerikaner, die haben so viel Spaß dabei und wenn es nicht geht, geht es nicht, den Lachen genauso. Aber heute hat er wirklich müssen in einem Slalom zurückgehen. Und der Rainer Schönfelder, der führt vor Schilchäcker und Reich und zwei sind nur noch oben. Ivica Kostelic und dann Kalle Ballander. Du siehst es da, wo er jetzt steht, siehst du das Ziel. Und du kriegst das alles mit, du kriegst, weil der vor dir startet, kriegst das alles mit. Das ist schon eine super Stimmung da oben. So, Kostelic. Ja, er ist eben der Mann, der im unterm Bereich immer schneller wird. Aber er ist ja immer jetzt auch schnell auf dem Weg. Was hat er vor Spann gehabt genau? Ja, ganz geringen Vorstunnen letztendlich auch. Von 22 auf 36 sind 1400. Uuuuh, der Künstlter. Das ist okay, ist dabei, ist dabei. Eins, zwölf, 34. Aber auch er plagt sich hier jetzt. Ja, alle. Da kannst du ohne Fehler nicht mehr runterfahren. Da war die Ausgangsposition für den Schönfelder und für die Österreicher gar nicht schlecht. Hat verloren. Hat verloren. Und eins, zwei und vierzig, zwei und fünfzig. Ja, Platz drei für Kostelic. Da hat er hauchdünn noch vor Benni Reich vorläufig einmal einen Podestplatz gerettet. Aber zwei sind schon im Podest. Schönfelder und Schilchecker. Eins und zwei oder zwei und drei. Und heißt erstmals in seiner Karriere in einem Weltcup-Slalom der Sieger Kalle Pallander aus Finnland. Ja, der Mittelteil, der ist ihm überhaupt nicht aufgegangen. Das war eigentlich noch okay. Aber natürlich, irgendwo steckst du ein bisschen zurück. Zwei, drei Tore und somit hat das super reagiert. Aber trotzdem steckst du ein bisschen zurück und dann ist die Zeit schon weg. Das waren die Vierzehntel. Oben aber großartig gefahren und war im unteren Teil einfach nicht mehr gegangen. Ja, da könnte was drinnen sein, da könnte was drinnen sein. Macht er das gleiche wie im Vorjahr, der Rainer Schönfelder. Und gewinnt er von Position vier nach dem ersten Durchgang wieder den Slalom am ganzen Anhang. Locker, locker, locker. Aber das ist ein bisschen Geugenhumor jetzt da oben für den Kalle Pallander. Das Warten ist nicht lustig da oben, weil du kriegst alles mit. So, jetzt geht es um die Entscheidung. Kalle Pallander gegen Rainer Schönfelder. Nur der Rainer ist schon im Ziel. Und er muss noch fahren. 36 Hundertstel hat er Vorsprung für seinen ersten Slalom-Weltcup-Sieg. Das Geheimnis ist einfach in der Situation, dass du wirklich, wenn man es so einfach sagt, locker bleibst. Dass du versuchst, das Skifahren, was du kannst, runterzubringen. Aber die Situation ist einfach nicht mehr so wie früher. Aber er fährt zu schnell. Mein lieber Mann, der zieht oben. Er will natürlich gewinnen. Er möchte endlich seinen ersten Weltcup-Slalom gewinnen. Ist der schnell, ist der schnell. Exzellent. 1-12-0-1. Schaut dir das über das Toll-Foto. Brau, Kalle. Bis jetzt wirklich wunderbar. Schnell, schnell. Nächste Zwischenzeit. Ein bisschen verloren vielleicht. Vorsprung nach 37-100. Lein 26-26. Nicht nachlassen jetzt da. Wirkt der ganz lang an. Der große Tag für den Finnen. Kalle Ballander. Ja, der spinnt er. Der Sieger heißt Kalle Ballander. Herzlichen Glückwunsch. Bravo, Kalle. Der erste Sieg für einen Finnen. Bravo, Kalle. In einem Weltcup-Slalom. Sach, 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 sach. Und ein großer Tag für den Kitzbüller. Christian Leitner, sein Trainer. Bravo. Darauf hat er schon lange gewartet. Er hat heute zu mir gesagt vor dem Rennen, Kitzbüller möchte ich gerne gewinnen heute. Bravo, Kalle. Unglaublich. Bravo, Burschen ist jetzt auch gut gefahren. Aber wie man denkt, der war Weltmeister. Und dann hat er zwei Jahre gehabt, war er weg vom Fenster. Und der Christian Leitner hat ihm wieder zurückgebracht. Kompliment an diesen Athleten, dass der den Weg gemacht hat. Kalle Ballander, was er vor 14 Tagen in Pormio noch nicht geschafft hat, hat er heute geschafft. Mit einer tollen Leistung. Kalle Ballander gewinnt den Kitzbüller-Slalom vor zwei Österreichern. Rainer Schönfelder, zweiter, dritter, Hein Schilchecker, vierter Kostelic und fünfter Penny Reich. Also drei Österreicher unter den ersten fünf. Die Slalomläufer haben sozusagen das heute nachgeholt, was den Abfahrern gestern nicht gelungen ist, aufs Podest zu kommen. Sechster Kunst. Und Achtung, Silvan Zurbricken wird siebender von 26 auf 7. Achter Karlsson, neunter Amier und zehnder noch Kilian Albrecht. Also ein weiterer Österreicher unter den besten zehn. Insgesamt vier. Aber der große Sieger, das ist Kalle Ballander in seinem 54. Weltcup-Slalom. Gewinnt er zum ersten Mal und in dem 17. Slalom in Serie bleibt er in der Wertung. Und das endlich, darf man wirklich sagen, auch einmal ganz zuoberst am Podest. Ganz lustig, weil wirklich vor dem Rennen hat sie mir gesagt, du, ich hab dich heute auf der Gondel gesehen, deinen Namen. Ich möchte auch da, das möchte ich gewinnen da. Und tatsächlich ist es ihm heute gelungen. Kompliment an Christian Leitner, der die Burschen wirklich auf Drab gebracht hat. Der hat es sich wirklich verdient. Der ist jetzt das 17. Mal hintereinander im Weltcup durchgekommen. Und Heik Winger den ganzen. Heik Winger Sannikam ist da allein. Ein unglaubliches Gefühl. Zwei, die sich das gewünscht haben. Und zwei Nationen, die noch nie gewonnen haben, haben an diesem Wochenende gewonnen. Estado ab. Denn ich würde dich machen. Dann schien wir noch. Vielen Dank.